Fun. Adrenalin. Power. Überdimensional. Familiär. Tolle Location. Anstrengend. Geil. Diverse. Community. Beautiful. Fabulous. And hot. Ich werde auch Molli genannt. Meine Funktion ist einmal als Hausmeister hier in dem ganzen Gelände. Und das macht also wirklich super Spaß. Da freue ich mich wirklich drauf. Ich heiße Ulrike Langer und ich bin Schlussradlerin für den Marathon. Ich helfe da gerne mit, weil das einfach was ganz Großes, was ganz Tolles in der Region ist und möchte so eine tolle Veranstaltung einfach auch unterstützen. Ich bin die Barbara Richtlick. Ich bin die Frau vom sportlichen Leiter. Ich bin einfach seine rechte Hand. Ich bin zum 18. Mal dabei. Herzlichen Dank, dass Sie am Wochenende hier Ihre Zeit offen und dass Sie so ein tolles Test organisieren. Das ist echt großartig. Ich bin das zweite Mal dabei und die Stimmung ist wieder super. Ich glaube, die Temperaturen sind gerade heute Morgen ideal zum Lauf. Ich bin der Ralf Waldmann. Ich komme aus Vorderberg und bin der Zugläufer gewesen auf 50 Minuten auf 10 Kilometer. Ich bin jetzt zum 26. Mal dabei. Ich bin Uwe Richtlick. Ich bin der Wettkampfleiter eigentlich. Also sportliche Wettkampfleiter, sage ich für alles, was die Läufer, die Recken betrifft, verantwortlich. Einfach als Leistungssportler, der reinfühlen kann in die Sportler. Das ist mein Job. Das Strahlen im Gesicht von einem Sportler, das begeistert mich einfach immer wieder. Die ganzen Elfer hier machen einen Wahnsinnsjob entlang der Strecke. Ich habe so einen Tour-Marathon gelaufen. Der Thomas ist noch unterwegs, unser zuglückliches CTO. Da steht halt schon was dahinter. Aufbau, Abbau, Strecke, Sperre, Stadtnummern, Anmeldung, Gebühren. Ja, ich bin der Ralf Schäufler. Ich komme aus Zweiflinge und bin heute hier für das Fleischschneiden zuständig. Ich bin Felix Peck, Vorstand vom SV Münfinger. Also wir haben hier Getränke. Super, also richtig toll. Es ist immer wieder schön jetzt in Davi, ich glaube, es seit über 10 Jahren hier. Wir sind schon Kollegen über den Weg gelaufen aus Rumänien, aus allen Ecken der Welt, aus Asien. Es ist fantastisch, wir sind alle zusammen. Es ist sehr überraschend, ich glaube, dass es so viele Leute gibt. Ich glaube, das Event ist unglaublich. Ich habe so viele Leute kennengelernt, die ich sonst nicht hätte. Mein persönliches Highlight wird sein, wenn meine dreieinhalbjährige Tochter den Bambini-Marathon absolviert hat. Das war alles super organisiert. Sehr freundlich, die Hilfe. Und war absolut toll. Ich könnte losheulen. Es ist wie ein Familienfest jedes Jahr. Ja. 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 Vielen Dank.